ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play the witcher 3 ich hab mal gerade nachgeguckt tatsächlich bezüglich der let's play länge ja wir haben ordentliches stück vor uns wenn wir vielleicht schaffen wir es tatsächlich ungefähr 45 30 bis 40 folgen nur noch in anführungszeichen dieses let's play durch zu sehen aber wir wollen natürlich auch genießen ich lege mir da jetzt eh nicht fest aber aber gucken wie weit wir kommen das habe ich nachgeguckt er ist bei 190 folgen am ende und wir sind tatsächlich die mutat an seinem stand das war level bei folge 130 auf 35 oder so was wenn man das so sehen will aber wie gesagt ich mache mir noch keine gedanken mich weil er zieht folgen teilweise über eine stunde ich bin hier bei 20 minuten ungefähr dementsprechend wenn man wahrscheinlich weit über 200 kommt aber das soll auch egal sein das ist unsere aufgabe gut wir sollen uns mit lambert treffen bzw lambert folgen bezüglich der letzten prüfung mal gucken aus was diese prüfung besteht sowollas durchbruch wurde der immer noch nicht gepflegt wie sie mir würde gerne mich stört aber nicht niemand wird eine belagerung starten und ich habe eine abkürzung zum teich hätten die schläger der salamandra mal ein paar mehr löcher in unsere mauern gehauen oder diese ruine in einen kompletten trümmerhaufen verwandelt ich habe hier ein boot vertreut zum fischen hätte nicht gedacht dass du aufs fischen stehst ich lasse bomben ins wasser fallen und sammle ein was an die oberfläche treibt jetzt ergibt das sinn funktioniert auch im zweifel dass wo ich sollte aufpassen hier nicht und dich runterfallen kommt aber vorrennen würde würde ich wäre es einfach also denn weil ich muss ja welche ins weg raussuchen hier so ja ich weiß dass sie weil ich habe ja aber auch von mir level 19 ich bin beeindruckt wo hast du diese tricks gelernt das ist eine kunst ich habe sie von einem meister in sie kaputt erzähl das deiner nächsten zauberin gut weil ich war kurz ein bisschen meditieren weil ich will tanzen wir also wir dürfen nicht kaputt kreber level 19 der gegner dort kaputt so sieht nach regen aus hat jenny wieder die maske auf wie damals gut weiter geht die reise so naja kann man auch teilweise ignorieren aber warte mal ich jetzt kann ich versuchen zu meditieren weil ich muss energie tanken wieder ich weiß wofür ist gut aber ja gut zu wissen dass wir mit level 15 level 19 der gegner schon platt gemacht bekommen wir sind wahrscheinlich sind ja ein bisschen abgeschwächt oder wir haben echt geiles schwert kann doch sein so wir haben das gute schwert gekauft ist auch teuer genug aber wie viel cool haben wir jetzt mit level 2072 okay das ist gut kommst du mit wesemir wieder besser klar scheint so der alte hält keine moral predigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern klappt das mehr oder weniger aber die festung ist groß genug wir gehen uns aus dem weg so die hütte am see neue markierung so was hat er jetzt vor verdammt hab's genau hier vertraut ich schwör's das ist bestimmt lose echt und ich dachte das boot hätte sich selbst für einen kleinen ausflug losgebunden Mist in diesem nebel werden wir nie gab's hier einen sturm bevor ich ankam ja vor fünf tagen das könntest erklären der wind hat das segel erfasst das boot vom anleger gezogen und dann ist es in die büsche getrieben finde das boot ich könnte mir natürlich jetzt musik drunter legen das boot ach immer ja ihr wisst ja wahrscheinlich ist das auch gemma geschützt und alles um und dran deswegen lassen wir sowas es fiel mir nur gerade einfach mal ein ich hab das boot gefunden aber das ist noch einer ich weiß halbe halbe so töte das hat uns gerade noch gefehlt ach das hören wir schon oh level 21 ich brauche nur eine idee von meinem definitiv mal beim spiel neues hemd also gut der höhleneingang ist gegenüber siehst du ihn über den teich waren durch die höhle auf den tollen kopf steigen und wir sind da klingt jetzt nicht mehr wie eine tortur oder nein ich hab aber trotzdem gänsehaut du weißt dass es nur zwei jungs aus meiner gruppe geschafft haben ihr seid doch damals direkt in speerspitzes arme gerannt oder dann auf los geht's rein ins boot gut aber ich nehme das ruder weil weil es mein boot ist darüber wird nicht diskutiert ok also ich schlag mich jetzt nicht drum um gottes willen warte mal ich muss mal kurz gucken wie mein inventar weil ich hab glaube ich kaum noch unsere also der hemmt ist fast auch durch wir haben da noch jetzt eine ich weiß nicht ich krieg das nicht aber ich krieg das nicht äh ich meine das hemmt ist auch durch ne ja ich bin auf dem boot hallo höh genau es legt gleich mehr Lambert über den see hast du das boot alleine gebaut ja irgendwas damit nicht in ordnung abgesehen davon dass mir das wasser bis zu den knöcheln steht nichts heul nicht rum wir schaffen es schon über den see vorausgesetzt dass wir nicht irgendwo gegen fahren ich sehe die hand vor augen nicht da war gar nicht wie der nebel ist so dicht wie die lösung sehr poetisch gereiht soll ich dir ein gedicht vortragen mit freuden lambert lambert was ein arsch nicht schlecht lambert lambert was ein arsch ist so mit der gerne barsch wie aus dem wind das segel flattert sag einem schneider nicht wie man einen knopf annäht ok fast da kürz aktualisiert die letzte prüfung ich glaube dass ich hoffe dass wir das alles in eine folge bekommen jetzt hier die letzte prüfung das wäre super zum abschluss jetzt hier nochmal der aufnahme session aber das ist jetzt auch die vierte folge also bis jetzt folge 71 sein wenn ich mit dem kopf bereit für die höhlen fast aber bevor wir reingehen erst ein schlückchen katze klar noch mehr schlaue sprüche auf lager leise gehen sonst wächst du speerspitze ist immer noch hier ist speerspitze immer noch da unten ja ist er es sei denn er hat uns einen gefallen getan und ist verreckt er könnte jeden moment hier sein wie geht der reim speerspitze ist ein tiefer schläfer wächst du ihn dann schläfst du tiefer na los gut dass ich die untertitel anhabe das tal ist doch unbewohnt nur wir sind hier es muss eine täuschung sein und wenn nicht ich höre nämlich nichts wir tun was du willst na komm lass uns nachsehen sicherheitshalber wesemir hat recht weißt du du stocherst wirklich in fast jedem westen nest rum na schön gehen wir ok wenn ich höre ok ich könnte nicht hoch ja 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 hey kleiner mann dass das kind keine angst du bist in sicherheit was zur hölle gut schön du hast recht gehabt so so was sagt man dazu darüber können wir später erst kümmern wir uns um die neblinge haua ja gut ich hab mein mein dings ist am arsch meine rüstung ist am arsch ich muss dringend auf jeden fall irgendwie mal so schnell wie möglich ein schmied aufsuchen das wäre sehr wichtig weil die ist gar nicht mehr so schlecht eigentlich die rüstung aber wie gesagt die ist angeschlagen das heißt ja so kreise tötte die neblinge her und dort ist ein kleines moment so 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 Ich kriege immer nur einen weg. Ja, ich verstehe das. Scheiße. Die Mies tue sich ja tauchen, aber auch mal die Atmen, wenn man sie nicht braucht. Ach man, wie viel waren das denn? Aber warum packst du denn das Schwert weg? Da packt ihr mir das Schwert weg. Okay. 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 Ja. Warte mal. Ich... Gott sei Dank. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Ja. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Ach, warte. Er sollte wohl über dich singen. Rittersporn sollte besser über Lambert den klugscheißenden Hexer singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Hab ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja. Einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Das stimmt allerdings. Es reicht. Warte mal. Ich meditiere gerade kurz, damit ich mal eben wieder volle Leben habe. Weiß ich gar nicht. Okay. Leck mich doch um. Warte. Ich hab schon noch ein paar Tränke. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was essen kann. So. Ich weiß, dass meine Energie jetzt genug auf... Äh... Meine Energie jetzt genug auflädt. Weil ich kann angeblich nicht mehr, äh... Ne? Geil. Hat ja voll gelohnt. So. Kann ich mich nicht mehr meditieren, bitte? Jawohl. Ach. Das kommt besser, als wenn ich jetzt mit die ganzen Lebensmittel reinhau und es sowieso kaum noch was bringt. So. Wie soll denn die Höhle? Da hat er gesagt. Hm. Moment. Die Punkte... Äh... Irgendwie will der Punkt... Ist der Punkt hier? Geh ja durch die Prüf... Sie verarschen jetzt gerade. Hä? Ich soll durch die Höhle gehen, ja. So. Also doch richtig. Weil der Weg nach außen ist. Okay. Verdammt. Zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wiese mir. Reit. Du Fettwannst. Aufpassen, ja. Eins. Zwei. Drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Super. Äh... Moment. ... Hm... Wand wirkt nicht sehr stabil. Hart vielleicht? Sicher. Um Speerspitze aufzuwecken. Was? Hast du Angst? Nein, ich denke nur, bevor ich handel. So. Naja. Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Puh, hier stinkt's nach Moder. Gut, dass es immer noch kein großes Wettbewerb gibt. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Das Ding hier. Oh. 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 Boah, Alter. Boah, Alter. Ja, ist gut. Raste aus, Arschi. Okay. 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 So viel zum Überraschungsmoment. Oh, mein Gott. Hast mich vermisst, Hurensohn. Töte spät spezial. Würde ich ja gerne. Töte spätst. Oah. Gäbele, Legrin, schiff. Würde ich ja gerne. Ja, sie gerne. So. Oh. 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 Ja, ich muss es noch ein paar mal machen, also es kann jetzt sein, dass es ein bisschen was sieht jetzt gerade, weil ich will den Typen, die mich haben, ich weiß, dass er jetzt gerade, äh, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Bischöhe. Nein! 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 Ich hatte ihn so gut wie runter und dann dachte er mir nur, komm, wir kamen zum Beispiel. Boah, weil der mich nicht im Weg steht, der Typ. Statt, dass der mal mit drauf steht, ne? Ja gut, das ist meine Prüfung, ne? Der hatte vielleicht noch ein oder zwei der Dings, er hat ja noch einen Schlag gebraut, dann wäre ich weg gewesen. Dann wäre der weg gewesen. Und dann rastet der einfach mal kurz komplett aus. So viel zum Überraschungsmoment. Oh Mann! Hast du mich vermisst, Fuhrensohn? Woher habe ich mir das zufrieden gesagt? Ja, das ist sissig wahr. Wie habe ich denn die Minute bekommen, Mann? Ne, das ist ja lieber auch der dann sagt, nö, komm. Gut, ich habe schon am Anfang direkt den ersten Schlag gekriegt, da habe ich keine Energie mehr. Oh, scheiße. So viel zum Überraschungsmoment. Ich komme auch so zurecht. Ah, nervt mich nicht. Jetzt habe ich ihn. Boah, alter. Ich habe ihn. Wirst du es überleben? Hm, denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Was? Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Was? Wer? Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier raus geschafft. Gehen wir. So, bevor wir jetzt wieder irgendwelche Gegner bekommen, die jetzt wieder unnötig sind. Äh, beziehungsweise uns wieder unnötig leben, wenn wir uns gerade mal koppeln. So, dann gehen wir jetzt mal durch die Höhle. Warte mal, äh, da ist der richtige Weg irgendwie. Da hat den Weg gerade. Gott sei Dank, meine Typen sind... Wir müssen doch dringend mal einen Schmied auf jeden Fall aussuchen. Weil ich muss dringend wieder meine Klamotten ein bisschen... Beziehungsweise meinen... Da. Schön, wieder draußen zu sein. Hm. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger. Nicht auf uns. Ich werde da lieber vorsichtig mit der Aktion gerade... Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Gelange zum Kreis der Elemente. Aber das würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge bei Let's Play The Witcher 3. Weil die Folge ist schon wieder viel zu lang. Und ja, dann machen wir den nächsten Teil hier. Ich wollte eigentlich die komplette Prüfung reinmachen. Ich dachte, okay, der ist jetzt so die... Die Prüf... Ist der finale Teil. Aber das war es dann immerhin nicht. Jetzt ist es aber egal. Wir machen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.